Ich brauche aber keine Eier. Euch sei die Freiheit geschenkt. Ja, das ist natürlich jetzt dumm. Jetzt muss ich nämlich hier... Muss ich... Was? Habe ich meinen Wasser einmal? Natürlich nicht. Die könnte ich auch. Wie lange war die Bahn? Oh Gott, das habe ich gar nicht berechnet. Ach, Scheiße! Gut, dann... Planänderung. Dann... Kommt... Das ist Mist, ist das. Großer Bob Mist. Also, ich werde dann... Aus! Renne mir doch nicht an und vor. Weg. So, wenn ich das jetzt dorthin sitze. Also, wenn ich das jetzt... Guck mal, so kann man Wasserläufe verpacken. Wenn ich das jetzt dorthin rin klatsch. Dann fließt es bis... Hier hin. Das ist nicht so ein Zweck. Also, müssen wir nach dort hinten raus. Ganz toll. Hier liegen schon überall Eier rum, Jusay. Es funktioniert! Es lebt! Gut, so können wir nicht zu den Hühnern selbst, aber... Das ist weg, 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 weg. Also, hier sind die schon nicht mehr da, die Hühner. Trin liegt wertvolles Holz. Ich komme nicht ran. Gut, ich habe es wertvolles Holz. Ja. Ich kann noch viel mehr geben. Deswegen ist es trotzdem wertvoll. Fress! Gut. Ich höre mir jetzt an, die Beschaffung kann noch mehr machen. Nein, lass mal lieber. Ich weiß nicht... Oh Gott! Erstmal Holzmangelware und jetzt... Naja... Ach, wir brauchen das später sowieso noch. Das muss jetzt mindestens... Das ist zu kurz. Zu kurz. Dann also doch lieber so. Naja, mach mal noch einen hinteren. So. So. Und so. Und rein dort. Dann folgt jetzt... das Zubauen. Das meine ich aber nicht. Sondern das. Und das und das. Dann hole ich mir noch den Block. Und jetzt muss ich hier... jedes Mal... verfluchtes Wasser holen. Ach, hiervon kann ich. Okay. Okay. Das müsste ja gehen. So. So. Dann muss ich hier... die einzelnen noch rausschaffen. Ach. Oh. Ja, jetzt ist er gespannt. Ne, Jose? Jetzt... Für ihn ist das nämlich jetzt Neuland. Er hat sowas noch nie gesehen. Ja. Ich bin gnädig. Ich gewähre dir den Einblick. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Gott, wir durften schon über zwei Stunden sein. Achtung! Schub, Schub! Stopp da schon! Hier sollte Endstation sein. Jo. Alles klar. Alibaba. Ah! Alibaba, hast du es gegen Europo? Gonard? Er guckt Videos. Ja. Und erzählt uns vorher von wegen... Ja, er wird angerufen. Nein! Also, Jose, der Witz an sich ist ja. Ah, ja, haben wir! Spinne! Wo kommt jeder her? Das ist die Assasin-Spinne des Untergangs. Nur... He? Jose, ganze Wasserläufe neu. Pass auf, die Apparaterie ist drei dick. Eins, zwei, drei... Vier... Das muss theoretisch... Also, eins... Hier kommt das Schild ran. Ebene 1. Hier rüber schwimmen die Hühner. Eben... Ach! Wieso quatschen, wenn man nicht tun kann? So. Dann kommt das dort... Und das dort. Da... Und da... Und dort drin wird ein weiteres Huhn in sein Verderben schwimmen. Okay, also muss der Wasserlauf... Noch ein weiter vor. You say! You say! What did you say? What did you say, you say? Warte, wie weit muss ich noch rüber? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hallo. Um sieben muss ich rüber rücken. Um sieben muss ich rüber rücken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Au! Hi! Hier möchte ich Holz nehmen. Das ist außen drin. So. Dann jetzt das Ganze um einen vor. Ich will ja nichts sagen. Aber ich mach das jetzt einfach mal so hier. Oh! Heißt das jetzt, wir haben expandiert? Heißt das, wir haben innoviert und verbessert? Quaaatsch! Jetzt läuft's sogar zu weit. Oh! You say! You say! Das Wasser muss alles weg! Ich könnte jetzt Schwämme benutzen, aber... Nicht so laut schmatzen. Von wem kam das bitte grad? verraten wir mal wo das wasser herkommt es will uns hier wasser bist du geschnappt über gut jetzt stelle ich mir trotzdem los die frage ich habe einen gefunden ich habe ein hühnchen geholt was in der pampa rumläuft wie er aus der pampa du hast jetzt sterben das ist nun eben oder wird sein tier umbringen eine kuh gibt es ja auch noch und ein Schaf gibt es ja auch noch du bist ein Tiermörder und Schweißes auch ja ja das ist auch die nervigsten hübschen der Welt so so und jetzt schaue ich gleich rein ob der Checker vom Mecker alles richtig gemacht hat das ist genau hier mit ab guck dir das mal an wie die Eier scheißen das ist das ist ganz famos ist das man bringt es mal bringt bin denn die ist nachher jesse wie oft wird die zwei des schon gegen leger ein veräppelt haben die kunders wie die ihn ja trotzdem auf als ihr bei kotze sein sollte ihr seid natürlich die ist herzen er hatte ich hatte die grüße für die beiden schon in den Arsch getreten haben sie doch schon aufgefallen zuerst habe ich die dvd gewonnen da meinte bringe der erde sowieso kein glück und habe ich hab die dvd dann hast du einmal e quasi echt weg geschnappt er hat das hat dass das nicht mit den IC Championship na was war denn da naja gut IC Championship den du abgenommen bekommen ja und damit hat er ganz echt die ganze Kiste so ein bisschen angefangen Eiei Eiei die guck mal hier kann es kochen gehen nicht den Mikro nicht die Schilder dort hinschmeißen die sind wichtig du haust die anderen Schilder weg wir brauchen die hier das war man nicht ein dirtblock ich sagte ja auch ein dirtblock ich sagte ein dirtblock guck mal schon wieder ein stell dir vor das wird die doppelte äh doppelte Ergieblichkeit noch haben sag mal wir hatten ja zwei creeper gefangen ihr seid doch gemein oh mein Gott da waren gefangen die hätten ja auch rauslaufen können sie es ja nicht sie waren gefangen oh das wird ein kleineser Wald you say was hast du da draußen angestellt angestellt vor unserer Form ist zugewogen